So, wieder mal in der alten Welt unterwegs, wir brauchen hier wieder Stahl, diese Insel, um hier die Pelzmäntel wieder ein bisschen auszubauen. Ich habe das hier schon gesetzt, das ist hier auch noch Einflussbereich. Hier fehlt Strom auch schon wieder. Ein Kaffee wäre halt hier drüben dann auch mal noch angesagt. Ich frage den. Hier für eine Hoffnung können wir vielleicht 50 Mpere, um das hier einzukaufen. Kaffee kann ich hier glaube ich noch nicht einkaufen. Nee, geht nicht. Da müssen wir Schokolade importieren. Da müssen wir wieder Banane. 900 Bananen importieren. Wir zwar relativ fix gehen. Wenn wir das gegen Sekt machen. 100 Sekts. Wir gehen auch die 900 Bananen importieren. Machen nachher die Schokolade. 1800. Bin ich jetzt nicht gerade so toll. 1 zu 1. Wobei von dem könnte ich es machen, weil der Hammer noch mal. Machen wir den Bedarf von 500 einsetzen. Leidung haben wir ja eh genug. Machen wir ja wieder Wie hier im Lagebestand setzen wir mal auf 500 genommen. Wo er reservoirs Deckel gut kommt. Wir gehen mal um die Flas Rainer. füllen wir vielleicht mal schauen. Wenn wir hier Germ Hyal northeale komplett wegesaugen. Immer noch ein Tank. Jetzt können wir DEN doch immer schlüftóriochniken mit einer langen So, jetzt müsste das Schiff hier unten sein. Da laden wir den Stahl ein. Der hier könnte wieder auf eine Expedition gehen. So machen wir hier mal eine Botanische Schreck hier. Da brauchen wir Gefechtskunde, also Geschick brauchen wir eher. Ich klicke dann immer noch mal die mit. Die mit 45. Da brauchen wir noch Heilkunde. Geschick. Noch mal was mit Heilkunde irgendwie. Er hätte Heilkunde. Da nehmen wir ihn mit. Nehmen wir hier noch den Sekt mit. Und dann geht es hier eigentlich schon los. Der Rettungseinsatz ist hier schon wieder ein bisschen gesunken. Wir müssen hier unten mal dringend anschauen, dass wir hier Kaffee anbauen. Wenn ich es selber mache, ich bitte nur ungern mehr. Du warst immer gut so. Ist es getan? Ja, ein Pelikan. Ein Regenwald. Okay. Eigentlich unser Bergungsschiff schon wieder da drüben. So. Ähm. Da haben wir glaube ich... Aber wir hätten hier noch ein paar... Ein paar sind hier im Kopf. Das ist eine kleine Insel. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Eine Scheissinsel hier. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Das ist nicht die Insel. Das müsste eine sehr kleine Insel sein. Das müsste eine sehr kleine Insel sein. Die sind ja auch echt. Die sind ja auch echt. Näääh. Nee, ist nicht die. Noch rechts rein. Hm, die vielleicht? Nö, die atmen ja schon. Das ist mehr oder weniger ein Berg und keine Insel. Ja, unten muss es sein. Ja. Die... ...gesundliche Schätze. Stotterlichter, bauen sie ein Kraftwerk. Ja, sie müssten nur ein Kraftwerk eigentlich errichten. Und dann noch... ...übieren und produzieren. Sind wir denn hier schon so weit? Ne. Wir brauchen hier noch wesentlich mehr. Jetzt Stahlträger haben wir sowieso auch nie. Im Moment. Sollten hier eigentlich auch wieder mehr Pelzmäntel rüberkommen. Wir müssen noch mal warten, bis die Stahlträger wieder aufgefüllt sind mit dieser Route. Der hat uns nämlich schon wieder ab Pelzmäntel holen. Ein paar Expeditionen hier hatten wir noch was. Oh, das hat sich... ...nicht ganz gelungen mit den... ...der Moral. Die kleine Scheissinsel hier. Gut, ähm... ...ja, hier drüben müssen wir mal schauen, dass wir mehr Oberus kriegen. Hier die 300 vollbekommen. So, jetzt haben wir es freigeschaltet. Können wir hier mal anfangen zu planen. Profi-Röstereien. So, dann gehen wir hier hinten hin. So. Das erste Mal... ...ja, hier brauchen wir erstmal eine Strasse. Dann machen wir hier mal ein Lagerhaus hin. Jetzt fast ein bisschen zu weit außen. Dann machen wir hier mal eins rein. ...eine Person erschüttert eine ihr Fabriken. ...ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, Meno. ...eine Stunden am Stück. Sag sich mal, die eine zu verdrücken. Wir haben hier nur eine Feuerwache. Ja, das ist ein bisschen mitgekommen. ...minkriege. ...löscht das mal bitte. Die Flammen wurden gelöscht. Lass ich hier schauen wegen der Bergung, was er hier bekommt. Und wieder eine... etwas für ins Museum. Gut, wir bauen hier die erste Koffe-Rüsterei. Ja, die wollen eben auch Koffe. Wie sieht es denn hier aus mit dem Rum, der hier hingeht. Der Rum... nee, der Rum geht hier nirgends hin. Er deckt das sogar. Der Rum deckt das. Genau das jetzt mit dem Koffe, da brauchen wir sechs davon. Die machen... zwei in einer Minute. Der Plan war, glaube ich, schon mal eine Handelskammer mit ein. Rein aus Erfahrung. So. Na, die nehmen wir sowieso drin. Nicht ganz so klug, die so zu setzen. Ich würde die eher so setzen. Können wir nämlich hier noch das Wenden ziehen. Ich würde das mal sehen. Ich würde das mal sehen. Ich würde das mal sehen. Das war's für heute. Ähm, jetzt müssten wir vielleicht hier noch ein bisschen platt lassen, damit er noch weiter kommen. Da würde ich noch ein bisschen hoffen lassen. Da würde ich noch ein bisschen hoffen. So, mal da können wir jetzt die Sogenebene hinbauen. So, dann können wir hier nämlich den Weg hier ran ziehen. So kommen wir nämlich die Doktor-Module denn hier hin. Das können wir hier nämlich um die Handelskamera rum. Da noch eine hinsetzen. Jetzt habe ich gerade keine Zeit für den Teufel. So, wieviel Bohnen Kaffee produzieren wir jetzt? 4. Das heisst wir müssen nochmals 2 haben. So jetzt kannst du kommen damit. Und da draussen sind wilde Bestien. 55, ja das müsste reichen. Oh. Oh. Wollen wir denn nicht schon? Ne, ich nehme es nicht mit. Mit geputerten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. Fehlt noch eines. So, jetzt haben wir hier mal eine Handelskamera hingebaut. Müssen wir nur noch die Kaffee Röstereien irgendwo platzieren. Könnten wir eigentlich hier gut unterkriegen. So. 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 Das ist easy gehen so. Jetzt kriege ich keine mehr hin. Wir kommen da doch noch eine hin da. Wir kommen da doch noch eine hin. Ähm, ein Handelshaus, ah super. Hier oben. Da hinten vielleicht noch eins. So, jetzt müssen wir eigentlich 4 Kaffeebohnen abgeben. Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich noch 2 mehr machen. Damit wir hier eine kleine Überproduktion hinbekommen. Jetzt haben wir aber 0 Obeos bereits schon wieder. Noggen reicht er noch? Nee, reicht nicht mehr. Die Alpokras auch nicht. Die Alpokras auch nicht mehr hinten. Und da die Form. Die steht hier. Okay. Jetzt wird es wieder reichen hier. Hier wird hier produziert. Eins wird verbraucht. Dann geht es mir nur darum, das Kaffeebohnen zu versorgen. Kaffeebohnen zu versorgen. Und den Bedarf decken war eigentlich easy. Auch mit dem Rum. Jetzt ziehen wir schon mal eine Handelsroute. Die. Ähm. Dann. Dann. wo bist du denn? Das steht hier rum. Gut. Dann können wir den nehmen. So. Von hier oben. Ist du noch hier. Du lieferst. Raum. Und. Kaffeebohnen. Und Kaffeebohnen. Und Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Du. Ein grosser Moment. Glühbirn und Mangel. Ja. Das interessiert mich eigentlich nicht den Glühbirnen. Das haben wir hier. Ich wusste dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Eine Exposition abgeschlossen. Bürgerwehr. Boesai Rewehr. Ok. Ja. Nicht sehr gebräuchlich, das sage ich jetzt mal. Nicht so etwas, was man wirklich gebrauchen kann. Vielleicht auf die nächste Expedition gehen, noch eine Piratenjagd hinterher setzen. Der ist eigentlich mit Gefechtsgründe relativ gut am Start. Kampfkraft eigentlich auch gut aufgestellt. Navigation hat er hier auch 30. Komm, können wir gleich wieder ausschicken. Passt doch. Gut. Pafé müssen wir unten sicher noch weiter ausbauen, weil das erreicht ja noch lange nicht. 13 Tonnen Kanonen, das kannst du vergessen, Madame. So, hier gleich auch wieder so ein Marktplatz hier unten. Eine Kirche. Die können wir da rein. Bringen wir da die Kirche noch mit rein? Ja, passt. Dann haben wir hier noch die Polizei. Die reicht nicht ganz bis da unten. Ja, der deckt auch das nicht ganz ab hier oben. So in etwa, ja. Jetzt passt's eher. Gut. Dann wollen die ja noch eine Bugs-Arena, habe ich gehört. Ja, Tortillas wollte er auch noch. Ach, die können wir glaube ich hier gar nicht anbauen. Ja, Rindfleisch, die können wir zwar hier anbauen, aber wir haben hier keine Maisfruchtbarkeit. Das ist schon jägerlicher. Gut. Jetzt bauen wir hier aber erstmal die Bugs-Kampf-Arena. So. Und hier hinten kriegen wir die schön rein. So. Ich nehme jetzt auch wieder eher etwas besser versorgt. Die Filder nicht ausgebaut. Ich baue das schon aus. Gut. Die Traktoren, habe ich ja gesagt, die nehmen wir dann von hier. Wenn wir das Öl haben. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Nee, nee, das kannst du vergessen. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Was ich tue. Die heissen nochmal ab, weil den Einfluss müssen wir jetzt hier nicht gänzlich vergeuden. Ähm. Hier könnte man vielleicht noch eine Feuerwehr hier oben einplanen. Hier hinten wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Hier mal was haben. Hier oben ansetzen. Dann machen wir die hier. So. Moment. Wir machen das anders. Doch, ich muss es so machen. Wenn wir hier den Abschluss so machen. Nee, wir machen das anders. Wir machen das einfach hier noch hinten. Wir machen das einfach hier noch hinten. Dann nehmen wir diesen Streifen. Dann nehmen wir diesen Streifen. Dann können wir mit der das vorne hier noch ausfüllen. Hier. Hier. noch hinten. Alle stehen bereit. Jetzt kommt der schon wieder. hier. Hier. Mit der botanischen Expedition. 55 Jahre gehen wir mit ihm. Leute. Also das sind jetzt… Ganze tun wir uns das heiß. jig Anyway, das sieht gleich jetzt aus. Diese Grippe hier. All die sagenhaften Länder attestieren wirklich. Das ist auch wieder eine Autonische. Oh nein, mir ein or. Nochmals zwei nachgelegt, aber nun noch aus, kann ich hier drüben nämlich noch eine ausbauen. Ja, der hat mir da auch Text hier eigentlich schon sehr gut. Müsste eigentlich gehen. Gut, damit würde ich sagen, machen wir hier heute Feierabend. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir bauen noch kurz das Lager aus. Ja, dann sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und bis denne. Tschüss. 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 Tschüss.